Attacke. Ja, Thomas, was machst du? Was machen wir heute hier? Erstmal Handbuch lesen, warm laufen lassen und Inspektion ist heute angesagt. Ich hoffe, bei dem Krach kann man wir auch verstehen hier. Ja, ganz schön krach. Du hast ja gesagt, Flüssigkeiten laufen immer nach unten ab. Flüssigkeiten nach unten ab, genau. Wir müssen erstmal gucken, wo sämtliche Ablassschrauben sind, aber das sollte nicht das Problem draufstellen. Aber ein bisschen belesen, tut ja nicht schlecht. Kann man machen. Jetzt reißen wir die Karre erst mal auseinander. Wo übt sich? Jetzt ist es 12 Uhr. Zwischenfahrt zieht. Ja, Getriebeöl gewechselt, Motoröl rausgelassen und neues reingefüllt. War ein bisschen fummelig. Man kommt ja schwer ran, so ein bisschen. War so kleine Frauenortständer, aber ging alles. Ja, alles schön aufgefüllt. Die kleinen Flüssigkeiten, viel kommt ja nicht rein. Und ja, zweiter Step ist dann Bremsigkeit wechseln. Ja, ich habe auch mitgeholfen. Eine Aufgabe hatte ich und habe ich da bestimmt mit Bravour. Hat er super vermasselt. Also das Endstück vom Kabelbinder abschneiden und schneid den Kabelbinder durch. Also Top Leistung. So kann man sich auch unfreiwillig vor Arbeit drücken. Bis später. Also das Endstück vom Kabelbinder. Wo ist der